Moin Leute Alter, heute gibt es wieder ein richtig geiles Game aus dem 2 gegen 2 von Steffen von den Gold Spammern und mir gegen Parasite und Sko. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, ich bin gespannt was wir jetzt von denen sehen werden. Wie steht es? 4-3? Ja, das ist kacke. Ja, das soll ich nicht verlieren. Dann wird es ein Cross-Wing von der Bottom Base ist Sko. Dann spielt oben Parasite. Hatte ich das gefällt mir? Ja, gefällt mir nicht. Parasite ist glaube ich wieder für eine Waffenkammer gegangen. Genauso wie Sko. Also bin ich mal gespannt, was wir diesmal von ihnen sehen werden. Top Base. Ich glaube, der Parasite kriegt jetzt hier Probleme mit seiner Flak-Strategie, weil die Map ein bisschen anders aufgebaut ist. Mal sehen. Also ich spiele wieder Phantom. Das ist schon fertig. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja, sie ist schon fertig hier. Ich hatte keine Ressourcen. Du musst jetzt viel zu viel verkaufen. Hoffentlich haben die keine Buster. Äh, oh, das werden Raketen werden. Wir werden mit Raketen geschossen werden, glaube ich. Ja. Ich gehe für Verteidigung. Ähm. Ja, ich werde dann gleich Minigam oder Sub platzieren. Boah, das wird richtig unangenehm werden, das Battle. Auf jeden Fall Sniper, damit wir die durchs Lack vielleicht, äh, ausnehmen können. Boah, das ist ganz schön hochgebracht. Oh, sorry. Das ist kein Problem, weil ich weiß nicht, ob meine Minigun an den Winkel haben. Ach, nö. Das ist doch jetzt wirklich sehr unangenehm. Okay, eine konnte ich abwärmen. Ressourcentechnisch bin ich gerade ganz knapp auf Kasse. Ich habe eine Windhöhle verloren. Die von dem oberen fällt ist weg, aber die von dem unteren ist schwer. Obwohl, ne, die von dem oberen fällt nicht. Ich bin jetzt dauerhaft des Abelt. Ich habe keine Windenergie mehr. Okay. Mein Gott, ey. Ich kann keine Türen bauen, weil ich kein Metall habe. Okay, ich glaube, ich komme jetzt wieder so langsam auf den grünen Zweig. Ich habe ein paar Miniger, ne. Hast du deinen Nuke schon im Upgrade oder noch nicht? Ne, 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 ne. Okay. So, ich fange jetzt so erstmal ein bisschen zu snipen. Ne, du brauchst unbedingt die Upgrades, weil ich habe nur mit Feuerlasern und sonst alles mit AL verwisst dann, ne. Ja. Geht's für das erste Upgrade? Mhm. Bei ihm kommt jetzt erst das Upgrade-Sender auf der Boden-Base. Ja. Soll ich direkt für zwei Upgrades? Ja, komm. Machst du mal. Ja. Schön, 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 schön. Ja, das war ein Sniper. Jetzt kommen erste Upgrades. Was? Bist du ready? Bist du ready? Mit den Nuke oder lange brauchst du noch? Ne, ne, ich brauche noch ein bisschen. Die müssen noch gebaut werden. Wie? Deine Nukes müssen noch gebaut werden? Die sind noch am Upgrade. Okay, dann schiebe ich mit Feuer, also einmal selber. Nein. Bin bereit? Okay, ich auch. Ja. Oh, du hast dich selbst gekriegt. Deine eigenen Nukes. Was haben die dir getan? Weiß nicht, ich wollte, ich hatte Angst vor den Raketen, die da in mir entgegen kamen. Ja, aber die hätten meinen weniger nachher gehabt. Also wirklich, ich habe hier, ich habe hier sechs, sieben Stück. Das haben wir. Oh, der hat jetzt einen Shotgun, das ist nicht gut. Du sagst Bescheid, soweit du die hast. Wo ist die Shotgun genau? Unten. Schön. Unten, soweit unten. Ich stehe jetzt hier unter hartem Beschuss, aber du hast ja noch. Mein Sniper ist leider deaktiviert, aber ansonsten geht es mir gut. Oh nein, ich bin tot. Nein, echt? Nein. Ja, mein Firelighter ist kaputt gegangen. Okay. Ist die Nuke? Ja, kann ich nichts zu ihm tun, also kann ich nicht mehr unterstützen. Ja, die kommt durch, die kommt durch. Kommt durch? Oh, Junge, du bist so ein König. Was ist da denn passiert? Ich liebe dich einfach, das gibt es doch gar nicht. Oh mein Gott. Ist das ein Heiratsantrag? Nein. Nicht die Art von Liebe. Eher die, ich finde die ganz sympathische Art von Liebe. Oh mein Gott. Junge, du bist ein König. Was? Ich brauche hier gar nichts machen. Alter ist das geil. Was? Der hat ja nichts vorm Korf. Das muss ich mir angucken. Wie kann der denn da so dermaßen zusammenbrechen? Das ist beim Ersten habe ich schon nicht verstanden. Also die Nuke ist rein, aber danach stand der jetzt schon mal insolide. Worm der dann gebrochen ist. Ah, jo. Es war einfach zu klein. So eine winzige Strebe, die hat das Gewicht nicht gehalten. Ja, ja, ja. Und wir haben das alles sowieso wie ein Schiff zusammengekriegt.